Zu 26 ein Punkt gegen die Eulen Ludwigshafen. Wie zufrieden seid ihr mit dem Ergebnis? Natürlich wollten wir das Spiel gewinnen, vollkommen klar. Wir haben uns vorher vorgenommen, heute ein gutes Spiel zu machen, was wir eigentlich auch haben. Am Ende haben wir es zweimal nicht geschafft, einen Vorsprung über die Bühne zu bekommen oder auszubauen. Wir waren eigentlich schon fast weg. Dann dreht sich das ganze Spiel, wir verlieren es fast. Am Ende müssen wir mit dem Punkt sicherlich zufrieden sein. Jetzt haben wir am Ende dann gut rausgespielt, hinten nochmal verteidigt und dann müssen wir mit dem Punkt auf jeden Fall zufrieden sein. Ich war zwischenzeitlich mit drei vorne, habe es dann nicht ganz geschafft, noch weiter wegzuziehen. Woran hat es da gelegen, dass es da nicht noch geschafft hat, nur mal ein bis zwei Tore draufzulegen? Ja, es waren verschiedene Dinge. Ich denke, in einer Phase haben wir auch zu überhastet abgeschlossen, als wir dann ein-, zweimal in Unterzahl waren, wo wir uns die Würfe zu früh nehmen. Wir haben natürlich in Summe auch drei, sieben Meter liegen lassen in so einem engen Spiel. Ja, es ist natürlich auch tödlich. Und so hat jeder seine ein-, zwei individuellen Fehler, die dann am Ende verhindert haben, dass wir den Sack zumachen konnten.